In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie Mew seine Oma Nachbarn wildlos umgrätscht, aber hauptsächlich haben wir über, wie finde ich die passende Immobilie gesprochen. Und jetzt sind wir in der zweiten Folge angelangt, herzlich willkommen. Vom höflichen und vom Baustein, das Thema in der zweiten Folge wird sein, wenn man die passende Immobilie gefunden hat, dann ist es die Frage, wie sie genutzt wird. Also selbst oder vielleicht wird sie vermietet, hier kann man halt von verschiedenen Renovierungsstandards ausgehen und da kann man sich durchaus mal überlegen, wie renoviere ich, wie saniere ich die Wohnung, wenn ich die für mich oder für meinen Vermieter bauen möchte. Für deinen Mieter, genau. Aber besser wie so, ey. Hi, auch von meiner Seite. Hat er völlig recht. Besser wie so, ist er am Start. Ja, ich bin's, der Ju, Essen war gut. Wir haben gerade tatsächlich gegessen, also wirklich. Was gab's denn? Noch von gestern aufgewandelt. Was heißt denn, ja. Meine Freundin hatte gestern Geburtstag, dann haben wir irgendwie indisches Essen hat sie gemacht und dann haben wir gerade noch die Reste runtergekauen. Aber komm, zurück zum Thema. Genau. Ju, hau raus. Also, die Unterschiede zwischen den Immobilien, wenn man sie selber nutzt oder wenn man sie vermieten will. Also die Renovierungsunterschiede. Ich denke mal, da gibt's schon eben Unterschiede, wenn man jetzt eine Immobilie gekauft hat und man will selber einziehen, dann hat man natürlich normalerweise, und wenn das Besteht ist, natürlich auch hergibt, andere Ansprüche an seine zukünftige Wohnung oder zukünftiges Haus, wie wenn man das jetzt vermietet. Also, da gibt's natürlich erstmal die Unterschiede zwischen den optischen Schönheitsmakeln, die vielleicht das Objekt dann hat und die beseitigt werden müssen, wie, dass man mal neu streichen muss oder dass man einen neuen Boden legt. Eben die einfachen Dinge, die auch relativ einfach und ja auch kostengünstig machbar sind. Oder manchmal gibt's natürlich auch die zwangsläufig notwendigen Renovierungen, die durchgeführt werden müssen. Wie zum Beispiel eine Heizung, die nicht mehr funktioniert. Oder ein Wasserrohr, das undicht ist. Oder ja, das sind ja so Sachen, die müssen dann natürlich erledigt werden, weil, ja, sonst ist deine Immobilie am Arsch. Oder du kannst natürlich auch nicht drin wohnen. Und ja, ich denke mal, bei den Sachen gibt's jetzt auch keinen Unterschied, ob man jetzt da selber drin wohnt oder ob man's vermietet, weil wenn die Heizung nicht funktioniert, dann kann man die Immobilie natürlich auch nicht vermieten. Aber es gibt ja auch Heizungen, die funktionieren, aber eben nicht mehr auf dem neuesten Standard sind. Und dann ist es ja eben eine Komfortsache. Will ich da drin mit einer alten Heizung wohnen, zum Beispiel Gaseinzelöfen oder Nachtspeicheröfen? Oder baue ich mir dann gleich, wenn ich jetzt schon die Immobilie renoviere und noch nicht drin wohne, ob ich die dann eben gleich auf den neuesten Standard umwandel, eben zum Beispiel mit einer Gaszentralheizung? Ja, ich habe ja zum Beispiel bei mir, also ich wohne direkt in der Stadt, in Stuttgart, habe ich diese Gasöfen. Also wenn man die Dinger anmacht, also ich habe im Wohnzimmer und im Schlafzimmer zwei größere und in der Küche eins, ein kleineres. Und wenn ich im Wohnzimmer die Heizung anmache, dann wärmt es schon gut, aber durch die hohen Decken im Altbau zieht halt die ganze Wärme dann auch hoch. Also wenn ich eine Heizung hätte, wäre das ja auch genauso. Ja. Aber, also ich habe das Gefühl, ich kann es auch nicht so gut regeln. Also entweder ist, wir haben gerade mit einer Fliege zu kämpfen, tatsächlich. Keine Ahnung, wie die hier reinkommt, wir hatten ja immer das Fenster offen. Aber die geht richtig ab. Die geht richtig ab. Wollte auch mal was dazu sagen. Und du kannst es halt auch nicht richtig regeln. Also entweder ist Bollen heiß oder es ist halt kalt in so einem Altbau. Und ich wüsste nicht, wie das jetzt bei uns wäre, wenn wir tatsächlich Heizung hätten. Also wenn es meine Wohnung wäre, wenn ich nicht in der Miete drin wohnen würde, würde ich da auch Geld reinsetzen und mir da... Genau, das habe ich ja auch damit gemeint. Also es funktioniert alles top, aber komfortabel jetzt nicht unbedingt. Das Anmachen ist ja immer schon auch ein Stress. Gerade im Schlafzimmer, da sitze ich mal nur wirklich 20 Minuten dran und drücke auf so einen Knopf, dass da so ein Funke überspringt. Und da kommt einfach nicht, der Funke. Und dann stehe ich da wirklich dran und kratze meine Hand am Alu-Metallgriff, der da so raushängt die ganze Zeit dran. und hau mir die ganze Hand kaputt. Also das ist echt nervig. Aber die Wohnung gefällt mir trotzdem, ja. Altbau ist halt entweder Liebmanns oder man hasst es so. Ja, aber dein Vermieter natürlich, der denkt sich auch, es funktioniert und da will ich jetzt nicht mehr reinstecken. Genau, dem ist es ja wurscht. Will die Miete und will damit Geld verdienen. Genau. Funktioniert alles, also wunderbar. Aber trotzdem Gruß an meinen Vermieter. Eine coole Sau. Alles gut. Ja, also hier haben wir ja eine andere, sind wir einen anderen Weg gegangen. Wir haben ja alles komplett renoviert. Was waren das vorher für Heizungen hier eigentlich? Das waren auch so Gaseinzelöfen wie du hast, also keine Gaszentralheizung. Jetzt haben wir eine Gaszentralheizung eingebaut. Ein Teil nutze ich ja selber von dem Haus, der andere Teil ist vermietet. Also dadurch, dass ich es auch selber nutze, sage ich mal, haben die Mieter hier jetzt auch einen relativ hohen Standard, wie man es vielleicht nicht unbedingt jetzt in einer Mietwohnung machen würde, wenn man die jetzt solitär eine Mietwohnung nur renovieren würde. Ja, eine andere Sache ist vielleicht auch die Elektrik. Also die haben wir ja hier auch komplett neu gemacht und deshalb, ja, war halt auch alles mit alten Leitungen und einfach nicht mehr Stand der Technik, wie man es so haben möchte. Ja, absolut. Da haben wir ja auch hier im Dachtgeschoss die ganzen Kabel rausgerissen und so, kann ich mich noch dran erinnern. Ja. So, schon krass, auf jeden Fall. Ja, aber das, also gerade jetzt so die elektrischen Leitungen, das ist jetzt vielleicht nicht eine Renovierungstätigkeit, die sich für eine Mietwohnung bezahlt macht, weil der Strom fließt auch durch alte Leitungen. Und solange die technischen Anforderungen gegeben sind und alles IO ist, warum soll man da was machen? Das Wichtigste sind eben, dass die Rauchmelder funktionieren. Das Wichtigste. Ging bei mir auch vorgestern das los, als meine Freundin einen Kuchen gebacken hat. Als der Funke übergesprungen ist. Ja, als der Funke übergesprungen ist, da ging tatsächlich, ich wusste ja tatsächlich gar nicht, dass man einfach nur draufdrücken muss und dann ist das Ding wieder aus. Jetzt weiß ich es. Das habe ich vorher nie benutzt. Aber was man vielleicht noch dazu sagen kann, also ja, der Unterschied zwischen den Wohnungsarten, ob vermietet oder selbst genutzt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel auch Bäder renoviert, da gibt es ja auch Unterschiede, preisliche Unterschiede von Fliesen und Armaturen und ja, eben alle möglichen, was man in so einem Bad dann benötigt. Und da muss man dann natürlich in einer Mietwohnung nicht die teuersten Sachen nehmen, weil man weiß ja nie, wie der Mieter auch mit den Sachen umgeht und jetzt so eins zu eins dann auf die Miete umlegen, nur weil man jetzt irgendwie eine teurere Designer-Amatur gewählt hat. Das ist natürlich schwierig. Und oft ist es ja auch dann tatsächlich so, wenn du da mehr Geld reinsetzt, dann bist du ja emotionaler gebunden an die Sachen. Und wenn das dann dir zerstört wird, dann ist deine Reaktion da dementsprechend. Deshalb bin ich auch eher der Meinung, also wie ihr das ja hier gelöst habt, trotzdem bis unten, trotzdem hochwertig. Das ist schon nicht irgendwie groß schlechter, aber da hast du schon einen anderen Boden und so drin. Genau, also dann haben wir einfach einen Vinyl-Design-Boden reingelegt und hier bei mir habe ich Parkettnummern, weil jetzt ein Vinyl-Design-Boden geht natürlich nicht so schnell kaputt wie ein Parkettboden. Genau. Wenn da mal Wasser draufsteht oder so, da ist jetzt nicht gleich ein großer Schaden zu erwarten. Oder auch Wandgestaltungen. Ob man jetzt hier schon einen schönen Putz nimmt, der schön glatt ist, aber halt sofort jede Schramme sieht, wenn man einmal mit dem Fingernagel oder mit irgendwas an der Wand hängen bleibt oder dann eben eine normale Raufwassertapete. Ja, Mietswohnung, Raufwassertapete dann und gut ist. Kommt aber natürlich auch schon drauf an. Oder welches Argument hast du da vielleicht drauf? Wenn ich jetzt mir ein Haus, so hat man jetzt nochmal das Haus, du wohnst oben drin und unten wohnt jemand anderes, vermietest du die Wohnung, ziehst aber aus dem Haus trotzdem raus, weil du sagst, du bist noch jung oder so, du möchtest schon mal in die Stadt, ziehst du in die Stadt, kaufst vielleicht da auch noch eine Bude, weil du gut verdienst. Geld kein Problem. Richtig, aber zu meiner Frage und ich lege hier trotzdem jetzt hochwertig Geld rein, also ich setze hier hochwertig Geld rein, unten bau schön alles aus, hier oben bau da schön alles zu und vermiete die Wohnung, weil ich später, und das sag, okay, ich will dann später mal aus der Stadt wieder raus und wieder ins Ländliche ziehen und da würde ich jetzt zum Beispiel schon sagen, okay, wenn ich da jetzt Geld reinstecke, dann lohnt sich es ja schon, weil ich später halt dann wieder zurück will. Ja, ja, absolut, also kann man schon so sehen, die Frage ist dann halt nur, ob es dann später noch alles so in 10, 20 Jahren, ob es dann immer noch dein Geschmack ist und ob, wenn du es dann vermietest, ob das dann auch noch so alles natürlich funktioniert. Also wahrscheinlich, wenn du es vermietest, musst du dann nachher trotzdem mal renovieren oder, ja. Also eine Wohnung nutzt sich ja auch natürlich ab. Man muss jetzt nicht mal mutwillig irgendwas kaputt machen, aber es sind allein schon Löcher in der Wände, weil man natürlich irgendwas aufhängt und vielleicht irgendwelche, von irgendwelchen Schränken Abdrücke auf dem Boden oder der Boden hat auch verschiedene Helligkeiten, weil vielleicht ein Teppich drüber liegt und gleicht an der einen Stelle mehr aus wie an der anderen. Muss ich wieder renovieren, ja, klar. Ja. Und zum Thema Energiesparen ist ein guter Stichpunkt oder Stichwort. Thema Energiesparen, also wenn man jetzt eine Immobilie vermietet und man macht jetzt große Energiesparmaßnahmen vorher, also ich meine, wir haben jetzt hier ein KfW 115 Energieeffizienzhaus draus gemacht, aber eben, weil es, ja, weil es natürlich dann auch Förderungen gibt und so weiter und weil ich auch selber drin wohne und dadurch mal eben einen größeren Komfort hat, aber wenn ich jetzt eine Immobilie vermieten werde, würde ich mir das, glaube ich, schon nochmal überlegen, weil was habe ich als Vermieter davon, wenn mein Mieter Energie sparen kann? Also klar ist es natürlich ein ökologischer Aspekt, man tut was für die Umwelt, aber im Endeffekt muss der Mieter ja seine Gasrechnung oder wenn er mit Strom heizt, seine Stromrechnung bezahlen und das ist mir als Vermieter ja relativ egal. Und ich denke auch nicht, dass sich das eine Isolierung im Mietpreis bezahlt macht. Also so viele Jahre, wie man da braucht, bis sich das wieder rechnet. Ja, schwierig. Für uns zwei ist ja das Innerliche das Wichtigste. Absolut. Für andere ist jedoch das Äußerliche, das Optische unglaublich wichtig, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Sag mal was dazu. Ja, also deshalb machen wir auch einen Podcast und kein YouTube, weil eben die innerlichen Werte zahlen. Wir haben das perfekte Radiogesicht. Ähm, nee, also äußerlich, ja, ist eigentlich wie auch schon vorher mal gesagt, wenn ein Haus das von außen gut aussieht, macht natürlich erstmal was her und du auch einen schönen Garten hast und so weiter. Wenn du es jetzt aber vermietest, dann spielt es glaube ich auch keine große Rolle, ob jetzt das Haus eine schöne neue Außenfassade hat oder einen schönen Garten und dort hochwertige Materialien im Garten verwendet wurden. Es reicht, wenn es ordentlich aussieht. Genau, und funktioniert. Genau, solange noch kein Putz abbröckelt. Ja, genau, dem Gesetz entspricht. Ja. Nee, klar, auf jeden Fall. Also, das sehe ich genauso. Ähm, was wir hier jetzt auch schon teilweise echt erlebt haben, dass die Leute hier, weil du hast ja einen Rollrasen, oder wir haben ja einen Rollrasen hier verlegt gehabt, kann ich auch ein paar Bilder, oder wir können ein paar Bilder mal in Insta mal hochladen. Ähm, das wirkt halt schon, also so ein Rollrasen wirkt schon, also optisch zum Haus. Ähm, was die Leute hier stehen geblieben sind und dann teilweise wirklich geguckt haben, wo ich gedacht habe, ey, ist das denn eher ein Ernst, wenn die hier vor dem Haus stehen? Ähm, also das Haus ist erstens schön, dann mit dem Holzbalkon und so, also ziemlich viel Holzverkleidung. Ja. Ähm, und dann halt noch diese grüne Rollrasen, da geht jedes Fußballerherz auf, von deiner Freundin, der Papa, der hat ja auch schon gesagt, der will hier Linien verlegen, also ich selber bin ja Schiedsrichter und er wollte hier schon, dass ich hier ein paar, ähm, paar Spiele light auf deinem, auf deinem Gartenstück. Ähm, sag doch mal ein bisschen was, ähm, was für dich optisch das Ganze ausgemacht hat oder warum du jetzt einen Rollrasen ausgewählt hast. Ich hab's ausgewählt aus dem Grund, weil ich's schon immer haben wollte. Okay. Und weil man natürlich, wenn man einen Rollrasen hat, ähm, ja, hat man einfach die besten Bedingungen, um einen guten Rasen hinzubekommen. Und ansonsten ist es halt relativ schwierig, bis mal der Rasen richtig anwächst und, ja, nach was auch aussieht und man da keine Unkrautwiesen hat. Für meine, für die Mieter unten ist es natürlich auch wieder optimal. Die haben jetzt auch einen schönen Rasen vor der, vor ihrer Terrasse. Vor der Linse. Ja, und auch sonst ist natürlich der Garten schon, ähm, natürlich eigentlich sehr gut geworden. Ja. Wie man's jetzt nicht machen würde, also so hätte ich's jetzt nicht gemacht, wenn ich hier das ganze Objekt vermieten, vermietet hätte, muss ich schon auch dazu sagen, ja. Jetzt haben wir ja gerade über das Optische gesprochen vom Haus. Äh, da gibt's bestimmt auch Dinge, die man gesetzlich beachten muss, dass man überhaupt renovieren, sanieren, bauen und so weiter darf, oder? Absolut, ja, also da, ähm, hatte ich hier eigentlich auch noch andere Dinge vor, aber ich denke, da können wir im nächsten, in unserer nächsten Folge nochmal drüber sprechen und nochmal da... Zeit schon um, oder wie? Krass. Schon wieder um, ja. Wahnsinn, wer hat dann der Urge? Ja, krass. Ich denke, da können wir in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen, was man da eventuell beachten muss. Sorry. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017